Hallo liebe und rechte Freunde, ich bin's Tobi, der Brettspiel-Hero. Ja, wie schon das Bild und die Überschrift verlauten lässt, der Hero fliegt in den Urlaub. Das bedeutet, ich bin drei Wochen out of order. Nicht, dass ihr euch Sorgen macht, was denn bei mir los ist. Wie gesagt, ich bin im Urlaub und werde mich mal ein bisschen erholen, die Akkus aufladen und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder ab Mitte September auf meinen Kanal und bei Facebook treffen. Am 30.8. gibt es ein Kickstarter-Spiel, Andaria Battlefields. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde das mega cool und habe für die Jungs ein Video gemacht. Da kriegt ihr, denke ich, einen ganz guten Eindruck, was euch da erwartet. Ansonsten die Spiele-Spiel-News, die gibt es natürlich auch. Aber dadurch, dass ich erst Mitte September wiederkomme, werden die eben fast spätet kommen. Also ein bisschen Geduld. Ich werde mich natürlich direkt mit dem Video auseinandersetzen und alles recherchieren und dann so schnell wie möglich das Video dazu posten. Dann haben wir das Erscheinungsbild verändert. So nach 1000 Abonnenten und jetzt so fast ein gutes Jahr. Da habe ich mir gedacht, da muss man noch mal ein bisschen kreativ sein und das Erscheinungsbild ändern. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar da. Auch wenn es euch nicht gefällt. Kritik ist immer erwünscht. Aber wir hoffen natürlich, dass euch das neue Erscheinungsbild gefällt. Am 1. Oktober veranstalten wir ja das Brettspiel-Event als Dankeschön für euch. Und ja, da läuft schon alles auf Hochtouren. Jetzt sind wir restlos voll. Wir haben richtig, richtig geiles Programm. Asmodee und Blackfire sind noch dazu gekommen. Ab 16 Uhr stellen wir euch jetzt nach dem Turnier noch Prototypen vor. Noch Kickstarterspiele und noch weitere Spielvorstellungen. Also die Tische werden dann auch direkt genutzt. Und ja, ich denke, wir werden eine richtig coole und geile Zeit haben. Ich hoffe, dass ihr zahlreich kommt. Und wir sind jetzt schon sehr glücklich, wie die, ja, wie ihr das angenommen habt. Und ich denke, wir werden den Laden sprengen. Ja, damit verabschiede ich mich in den Urlaub. Und ich hoffe, wir sehen uns in Mitte September wieder. Euer Tobi, der Brettspiel-Hero. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.